so mein Name und herren willkommen hier zurück zur vielleicht letzten Folge ich weiß es nicht hier steht nichts mehr das mal was freischalten wir kaufen uns heute noch mal einen Erdbus und das ist dann unser erst mal unser oberen 18 Meter den kriegen wir erst mit 21 Levels wir kaufen uns den bearbeiten den Skingröße links was das ist ja linke Seite oh das ist ja nett das ist ja geil dass man das bearbeiten kann dann kann man nämlich den hier schön anpassen hier drunter das ist ja geil Werbung kriegt man überall nur sein 1000 so wie immer und 2000 kostet der Trick ich werde mal dafür wir holen uns die haben wir noch nicht von dem mehr verbringst oder wie ist der geil was mehr gut hier geht es auch bloß im Bereich dann immer das hier anwenden und das ist eben unser Bus die merken wir uns mit der schlimmen Lackierung denn wir haben heute ja dann unsere Profis irgendwie hinschicken auf Strecken mit Erdbussen die Frage ist wo sind unsere Profis versteckt oder haben wir Profis äh Asse genau Strecke 20 haben wir mal Strecke 20 und äh guck mal der hier kommt zum Beispiel raus Strecke 20 der hat einen Diesel der weg dafür kriegt dann Erdgas und der der ganz oben kriegt dafür den Diesel ja den Setra stimmt wir können uns noch einholen ähm ähm Strecke 20 und Strecke 11 ähm hier der hat auch einen Diesel weg mit dem und wollen wir noch ein gar äh Dings diesel diesel Erdgas 16 auf der 16 ist überhaupt kein Schwein dann nehmen wir den hier weg und der Ass kriegt hier den Erdgas Erdgas ich habe doch gerade den Erdgas rausgenommen wo habe ich gerade den Diesel rausgenommen das ist meiner Diesel Diesel Erdgas hier der kriegt den 12 Meter Erdgas so dann haben wir ja zwei Asse Erdgas genau dann können wir uns noch zwei Leute holen genau zwei Leute anstellen nehmen wir den Lehrling und den Gesellen und die kommen auf irgendwelche Strecke Fahrrad zuweisen äh der Lehrling kriegt den Citro Car ähm und Hauptbahnhof Ortsspeicher kommt der Geselle mit dem Citro G das ist eine gute Idee das weiß ich nicht mehr ich in dem vielleicht nicht und wir erobern uns noch eine neue Strecke und zwar ist uns ja aufgefallen jetzt ein paar wir sind hier hinten noch nie rum gewesen deswegen fahren wir vom Zopp fahr mal hier hin hier hin hier hin hier hin nee 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 der muss andererseits damit wir hier hin fahren können hier hin fahren können und dann fahren wir bitte zum wo ist der Bahnhof ist der Bahnhof zu weit weg Hauptbahnhof ja schon ein bisschen weiter weg aber wir fahren wir am Hauptbahnhof noch vorbei und dann ist das unsere Strecke ich weiß nicht mit dem großen werden wir vielleicht schlicht vorankommen aber wir werden es mal probieren mit dem sind Citro äh hier U-Bahn mit dem U-Bahn 80 Meter genau wieder alles aus alles schön und gut und starten damit die Fahrt einmal gucken einmal wo wir rauskommen ob wir damit fahren können so und dann 6 sehr gut und mit dem Gelenkbus so stark eindenken geht ja nicht oh die halten ja wirklich die Hände vom Kopf wir blockieren die Tür Och leck mich doch jetzt muss ich bei dem aussteigen weil soweit ne der ist hier hallo ja sie werden gleich im Kontrollen hier so 1,2,3 oh die Treibung gebraucht gerade oh ich hänge fest Schnauze wo hänge ich ich hänge nirgendwo fest ich hänge nirgendwo fest ich hänge nirgendwo fest ich hänge nirgendwo fest ich im Fahrt beenden oder beziehungsweise neu anfangen aber auch sowas gehört auch mal dazu vor allem mit dem Gelenkbus nächster Halt Römerstraße ich sehe jetzt schon die Fahrt wird scheiße scheiße ja jetzt sie gerade schon also Respekt an alle die Lkw fahren an alle die Gelenkbus fahren also das zu überleben auch wenn es in Klammern nur 18 Meter sind wo ist denn hier das Radio ich glaube hier oben genau hm ok habe ich schon wieder die Mose verpasst weil ich eben das noch jetzt schnell fertig machen wollte weil wahrscheinlich wie gesagt der letzte Port jetzt ähm deswegen sind wir ja nochmal auf der Strecke hier unterwegs die wir überhaupt noch nicht benutzt haben ok holen wir uns was zu essen ja ich hätte jetzt auch irgendwie Bock auf Chinesisch muss ich sagen also auf Chinesisch nächster Halt Römerstraße Danke dass Sie so friedlich sind Jo kein Problem dann steigt aus und holt nicht was zu essen aber obwohl nur die Frau aussteigt ist das ein neuer Bus? ja ja da hat er auch richtig erkannt obwohl ich den Besitz mal glaube ich schon einmal aber auf der Strecke sind wir ja noch nie gefahren nicht und das habe ich gemeint also so stehen dann die Bus bei uns das ist das ist richtig richtig scheiße geplant von den Leuten die das alles plan nun warum macht man sowas warum sagt man ja ok dann muss man auch nur drei Straßen überqueren und blockiert das mit die ganze Straße im Verkehr eh das ist bescheiert die Leute muss man in den Kopfschreisen wenn sie überhaupt was drin haben oder was auch bei manchen Ampeln denkt man das warum haben die jetzt grün ich kann doch trotzdem fahren also so jetzt geht's los es war grün ich bin gespannt ob wir hier durchkommen also es ist eigentlich hier so ein länder Stadtviertelchen wunderviertelchen der für den großen gelegt muss ausgespielt ist wir müssen etwas jetzt geradeaus fahren ich bin ganz nahm ich bin müde 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 ich habe noch nie was gegessen das ist nun mal nächste Halle in der Rosenstraße das sind gute Fragen wenn er den Herd ausgemacht hat das ist eine gute Frage wenn er den Herd ausgemacht hat ich glaube hier brauche ich die drei nicht was gefällt mir und dann mir gefällt er auch ach das ist ja jetzt gerade er ist nicht schon eine Minute zu spät Ach, wir haben sogar einen Schwulen im Bus. Ob das gewollt ist? Oh, das muss ich mich beeilen hier. Oh, das ist ja... Das ist keine schlaue Idee, vielleicht mit den Dings durchzufahren. Obwohl, guck mal hier, die Parkbuchten sind dafür ziemlich groß. Ich weiß auch nicht, ob der Anfang da was dagegen macht. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Wie oft wollen sie die denn noch sehen? Na klar. Na klar. Machen wir eine schnelle Kontrolle, da der Bus ja ziemlich groß ist. Also möchten die, hätte ich jetzt hier kein Problem, dass die hier nicht durch... Oder... Würde ich denken, die wären eh nicht durchgehend, weil sie doch ziemlich ein Zeitdruck sind. So. Ich glaube, jetzt wird es langsam am Ende... Jetzt habe ich langsam keine Lust mehr. Ich glaube, hier habe ich mich doch das eine mal verfahren. War das nicht auf der Strecke hier? So. Hier geradeaus. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja. Die habe ich auch gesagt. Ich wollte gerade sagen, Milka, aber nee, Milka ist eine lila Kuh. So, perfekte... Ob hier immer perfekte alte Puzzle-Ton ist, das ist ein guter Plan. Also, nah genug stehe ich dran, aber guck mal, nach hinten zu habe ich ja immer mehr Platz. So, da waren wir mal offen, jetzt wollen wir mal gucken. Wo komme ich hier raus? Ah! Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hat das noch irgendwer? Ne, zum Glück nicht. Wie gesagt, mit dem Auto was nicht stimmt. Ist das eigentlich ein bisschen laut? Erdgasbusse? Wann muss ich mal kurz hier gucken. Genau. Abbiegen. Abbiegen und nochmal abbiegen. Hätte ich auch geschafft. Scheiße. Zeig mir, wie ihr fährst. Nein! Ich muss pinkeln. Ha! Oh, da hat sich's gestaut hinter mir. Jetzt, jetzt ist es hingesetzt? Hm? So, ab geht's. Zehn Sekunden schaue ich eh nicht. Zehn Sekunden schaue ich eh nicht, aber pfff. Man kann ja immer gute Hoffnung sein, nicht wahr? Der Halt? Nächster Halt. Holstraße. Ja, ist er. Dann erfahre ich gerade... Oh, das ist so ne... Das ist... Das ist... Oh, mein... Snap! Der neue Film. Von heute. Schön mal heute. So. Da war ein Unfall. Da war ein Unfall. Gebraucht worden. Gebraucht worden. So. Perfekte sind gute. Ich bin echt gespannt was nach diesem Partchen passiert. Ich glaub, die die Inden wollten da raussteigen, aber pech glaub ich. nur stärker an der bus setzt sich zurück pussy dann kommt noch der hauptbahnhof das heißt wir kontrollieren hier nochmal durch die doktor doyle doktor doyle straße kontrollieren die nummer durch ich habe ihn meine zeit ja ich will die müllklappen und nicht dich in die hand nehmen die nächste ich glaube hier war letztes Mal auch mein Fehler ich bin irgendwann mal richtig aufgeregt ich weiß nicht mal welcher Portus war so die Führer haben noch mal Glück hier hat nur ein paar Glück die werden nicht kontrolliert wo schnell genau zu es ist immer so die frage ob man folgen bei so einer strecke ob man da mit dem fahrrad schneller wäre wie viel stationen fährt zwei drei also wenn man so durch die ganze durch durch die stadt also ich sag jetzt mal von hier eben von diesen astra astra kreuz dort drüben bis hier er fährt schnell ist man mit dem Bus hundertprozentig schneller aber kommt an was eben woher mit was man fährt auch werden weil man verzogen wurden etwas mehr als er geht es geben immer wo es in der Fahrt oder es wollen teilweise schnell ist der Bus und wollen die Ehe ist an die Rügel und wir stehen und die Rietisch komm schalte 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 ja das barri habe ich gesagt wird Partys jetzt können wir hier rüber dann haben wir grün wollen wir mal ein bisschen Bahnhof jetzt nur noch auf grün zwei Minuten das ist ziemlich viel dafür ist ja wenig verkehr für zwei Minuten und 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 ich krieg hier ein rot mehr ich würde es gerne einmal provozieren weil ich ja gerne vergleichen wollte jetzt sind wir rot weil jetzt würde mich mal interessieren ich wollte gerade sagen was steht denn da für ein Bus aber das ist ja unser so wie gut wenn wir nun ja klar also wer auch zum Bahnhof muss wo auch immer der ist ich glaube da drüben das ist ziemlich weit noch und und jetzt bin ich mal gespannt was passiert jetzt naja das wird man noch gucken hier Kollisionen rote Ampel also lieber mache ich eine Vollbremsung als eine rote Ampel und es gibt auch noch Minusgeld also wir verdienen wen ja gut wir haben auch viel das Minus gemacht und Strecke was ach pro Strecke Aaaaaaah Leute es dauert noch ewig wenn ich ich würde sagen wenn ich da ganz was gefallen gibt noch mal nicht den Daumen und schreibt mir dann kommt darauf mehr von sie wird auch nicht du musst du mal sagt er wenn sie tschau und ich glaube das ganze